Faszination Automatikuhr. Kunstwerke der Feinmechanik und des Erfindergeistes und für viele Liebhaber das einzig wahre. In diesem Video werden wir dir das Wichtigste zum Thema Automatikwerk zusammenfassen. Eine Automatikuhr ist ein rein mechanischer Zeitmesser, ohne Batterie, bei dem eine Spiralfeder durch einen sogenannten Rotor aufgezogen wird, wenn man die Uhr am Arm trägt und bewegt. Uhren mit Automatikwerk erkennt man auf einen Blick an dem kontinuierlich laufenden Sekundenzeiger, der bei Quarzuhren springt. Oder natürlich durch einen Blick durch den Glasboden, den alle unsere Automatikuhren haben. Ganz wichtig, die feine Mechanik nie Stößen oder Schlägen aussetzen. Dazu gehören auch Sportarten wie Tennis oder Golf. Genauso wichtig ist es, bei einer Automatikuhr niemals zwischen 20 und 3 Uhr das Datum zu verstellen. Je nach Werk kann dieses sonst beschädigt werden. Am besten die Zeiger immer auf 6.30 Uhr drehen, wenn man das Datum verstellt. Je nach Werk kann bei Automatikuhren eine Abweichung von bis zu 40 Sekunden pro Tag vorkommen. Unsere Uhren laufen in aller Regel aber weit präziser. Wenn man die Abweichung über ein paar Wochen dokumentiert, kann ein Uhrmacher auch nochmal nachregulieren. Mit der Gangreserve von bis zu 45 Stunden läuft die Uhr auch dann noch weiter, wenn sie abgelegt wurde und der Automatikaufzug nicht mehr arbeitet. Wenn die Zeiger stehen geblieben sind, helfen ein paar Drehungen an der Krone, das Werk wieder in Gang zu versetzen. Wie jede komplexe Mechanik braucht auch eine Automatikuhr regelmäßig einen Service, bei Uhren Revision genannt. Diese solltest du ungefähr alle 5 Jahre durchführen lassen. Natürlich gäbe es noch unendlich viel mehr über Automatikuhren zu erzählen. Nicht umsonst sind sie so beliebt und geschätzt unter Uhrenfreunden. Aber das Wichtigste weißt du jetzt. Viel Spaß mit deiner Uhr.